Dick und durstig, nein, das bin nicht nur ich, sondern das ist auch der Nissan GT-R in der Trek Edition. Ich habe das 2018er Modell jetzt hier gehabt, bin ihn eine Woche lang gefahren und möchte euch jetzt einfach mal meine individuellen und subjektiven Fahreindrücke mitteilen. Vor allem aber gibt es erstmal jetzt ein paar Fakten zum Fahrzeug. Der Nissan GT-R ist 4,71 Meter lang, 1,89 Meter breit und 1,37 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,78 Meter und da könnte man eigentlich denken, der kommt den Insassen zugute, aber das stimmt nicht ganz. Das Leergewicht mindestens inklusive Fahrradlicht bei 1.820 Kilogramm und das zulässige Gesamtgewicht 2,2 Tonnen. Wir haben hier ganz schön große Reifen verbaut. Das sind 255,40, 20 Zoll auf der Vorderachse und zwei 85er, 35er Walzen auf der Hinterachse. Und die suchen sich bei der Trek Edition zumindest auch die Spurrillen. Aber jetzt kommen wir mal zum ganz, ganz interessanten Punkt, nämlich zum Motor. Darf ich vorstellen, das ist der 3,8 Liter V6, 419 kW, das sind 570 PS starke GR6. GR6? Nein, Quatsch. Das ist ein VR38D ETT. Das GR6, das bedeutet nur, dass das Ganze an einem GR6-Doppelkupplungsgetriebe angeflanscht ist. Der GT-R verfügt über eine Transachselbauweise. Das heißt, der Motor sitzt vorne, das Getriebe sitzt hinten vor der Hinterachse, aber dennoch verfügt dieses Fahrzeug über einen Allradantrieb, übrigens Artessa ETS genannt. Dieser V6 mit seinem 3,8 Liter Hobraum ist in der Lage, 637 Newtonmeter zwischen 3.300 und 5.800 Umdrehungen in der Minute auf die Kurbelwelle zu hieven. Und was bedeutet das? Dass wir innerhalb von 2,8 Sekunden von 0 auf 100 kmh beschleunigen können und im besten Fall bis zu 315 kmh schnell sein dürfen. Und der normale GT-R, der ist ja schon brachial. Das, was wir jetzt hier haben, ist die sogenannte Trek Edition. Das heißt, da wurde noch ein bisschen noch mal das Ganze, ja, wie soll man das sagen? Es wurde ein bisschen Gewicht eingespart, also an Dämmmaterialen. Man hört wieder das Doppelkupplungsgetriebe da hinten so ein bisschen malen. Und alles, was man hier so sieht, was Carbon sein könnte, ist auch Carbon. Diese Lufteinlässe hier, die haben übrigens eine Funktion. Viele Fahrzeughersteller machen so Lufteinlässe so für Show- und Scheinzwecke, aber nein, diese Lufteinlässe haben eine Funktion und zwar kühlen die die hinteren Blöcke. Ansonsten gibt es eine ganze Menge Carbon an dem Fahrzeug und ihr seht schon, wir haben die großen Rays drauf. Das sind aber nicht die Rays, die auch auf dem Nismo drauf sind. Das ist ja der Hyper-Godzilla quasi, der Über-Godzilla, der Über-GTR. Wir haben hier andere Rays verbaut, ein bisschen andere Einpress-Tiefe. Das heißt, die stehen ein bisschen weiter raus, kommen ein bisschen weiter rein, je nachdem, was ihr hier verbaut habt. Und ein H&R-Fahrwerk. Das H&R-Fahrwerk, das ist, haltet euch fest, adaptiv. Das heißt, ihr könnt den Härtegrad einstellen über die Wipptasten im Innenraum, bleibt aber immer richtig sportlich. Und das ist ein Auto, ja, das nehmt ihr nicht für den täglichen Weg zur Arbeit. Das nehmt ihr auch nicht, um täglich damit über die Autobahn zu fahren, denn dafür sucht er sich die Spurgelden viel zu sehr, sondern das nehmt ihr wirklich, um damit am besten auf die Rennstrecke zu gehen. Und dann will er auch gefordert werden. Den könnt ihr über die Curbs fliegen, den könnt ihr richtig krachen lassen. Und wenn ihr mich fragt, will it drift, dann kann ich die Frage mit einem ganz klaren Ja beantworten. Wir haben hier ein Allradmodell. Also im idealen Fall immer Traktion zu jeder, wie soll ich das sagen, zu jeder Art der Billanspruchung, die ihr in das Fahrzeug hebt, habt ihr immer Geduld Traktion. Müsst natürlich aufpassen, dass ihr dann auch richtig verzögern könnt. Also gerade auf leichter, nasser Fahrbahn oder was, immer drauf aufpassen. Alles, was nach vorne schiebt, muss auch wieder abgebremst werden. Aber hier steht eine richtig große Bremsanlage zur Verfügung. Und die beißt richtig zu. Der Druckpunkt, der ist richtig ideal, der ist richtig leicht. Und ihr könnt das richtig fein dosieren. Das Lenkrad, das ist so perfekt direkt. Ja, also ein Müh am Lenkrad und ihr lenkt schon ein. Und wenn ihr am Lenkrad reist, dann seid ihr auch schon quasi durch die Kurve. Und die Auspuffanlage, die sieht zwar richtig groß aus, aber die macht keinen richtig guten Klang. Also wenn ihr sagt, so ein Sportwagen, so ein V8-Sound, ja, dann ist der hier der falsche Wagen. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt ein richtig mechanisches Geräusch hören, so wie sich ein Motor anhört, ja, dann ist dieses handgefertigte Meisterstück hier unter der Motorhaube der ideale Motor für euch. Und auch in der Kombination mit dem Doppelkupplungsgetriebe, wo ihr das wirklich hört, wenn die Gänge eingelegt werden, was ja heutzutage alles in diesen ganzen neumodischen Fahrzeugen rausgefiltert wird, ja, das hört ihr hier. Und dann, wenn ihr das mögt, ja, dann ist das auch das richtige Auto. Und deswegen gehen wir jetzt mal in den Innenraum. Ich sitze jetzt hier auf belederten Carbon Recaro-Sitzen und ich muss ehrlich gestehen, ich bin dafür zu fett. Also ich passe ja nicht so richtig gut rein, müsste ich noch ein bisschen abnehmen. Ähnliche, ja, Figuren dürften ähnliche Probleme haben, aber irgendwann gewöhnt man sich da dran, denn man will ja dieses Fahrzeug fahren und bewegen. Im Innenraum ist das Ganze so ein bisschen angestaubt, wobei die 2018er-Version immerhin, was das Thema Konnektivität betrifft, Apple CarPlay mit reinbringt. Aber komm, es ist ein GT-R, Bullshit braucht man eh nicht. Ja, konzentriert euch gar nicht so viel auf das Navi. Ihr habt hier Funktionen, die ihr euch alles einblenden könnt von dem Gear-Winkel, von Temperaturen, von allen möglichen Aggregaten, von der Beschleunigung, vom Verbrauch. Das ist ganz niedlich, das wird angezeigt zwischen niedrig und hoch. Ja, Verbrauch ist natürlich ein hartes Thema. Also ich bin in Gefahren viel. Ich bin hier tatsächlich viel gefahren, ich musste viel tanken. Der Tankwart, der grüßt mich jetzt mit Vornamen und hat mir schon eine private Zapfsäule da bereitgestellt. Ich konnte ihn auf 16,1 Liter fahren. Also Nefts nicht ganz erreicht, aber eine ganze Menge Fahrspaß dabei gehabt. Die Trek Edition hat übrigens so rote Ziernähte hier. Hier habt ihr ein Trek Edition-Emblem. Und ansonsten hier auch ganz viel Carbon, hat der normale Nissan aber auch. Also Carbon ist so ein Zaubermittel in so einem Nissan GT-R. Was für euch wichtig ist, ist dieses Lenkrad. Das liegt richtig gut in der Hand. Ja, die Sitze, die lassen sich nach vorne und hinten verstellen. Das Lenkrad immerhin axial und vertikal. Könnt ihr also hoch und runter fahren. Ansonsten habt ihr eigentlich nur eins, was ihr machen müsst. Das Lenkrad festhalten, beziehungsweise euch am Lenkrad festhalten und eine ganze Menge Fahrspaß haben. Auf der linken Seite seht ihr den Tacho. Der geht bis 340. Der übertreibt natürlich so ein bisschen. Bei 315 ist der Schluss. In der Mitte aber viel wichtiger der Drehzahlmesser. Ihr könnt schalten über die Schaltpedal oder ihr könnt automatisch schalten lassen. Schaltet ihr über die Schaltpedal, dann müsst ihr auch weiter darüber schalten. Denn sonst müsst ihr ansonsten manuell wieder umschalten auf Automatik. Ansonsten würdet ihr in den Drehzahlbegrenzer gehen. Aber ihr warnt euch auch vorher durch ein Blinklicht an. Wie gesagt, hier das Infotainment-System ist ein bisschen altbacken. Und vor allem die Konnektivitätsmöglichkeit zu Apple CarPlay ist ein bisschen kritisch. Denn wenn ihr das Smartphone vorher schon verbunden hattet über USB, müsst ihr, um Apple CarPlay zu starten, das erste Mal es wieder abschmachen, wieder einklemmen. Und dann funktioniert das aber auch. Aber wenn ihr den Wagen das nächste Mal gestartet habt, müsst ihr wieder das ganze Prozedere wiederholen. Daran merkt man einfach, das ist ein Mockup. Das ist ein etwas älteres System, da wurde Apple CarPlay nochmal mit Druck reingedrückt. Aber immerhin, es ist verfügbar und hey, 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 Konnektivität ist ja ganz wichtig. Oben kann man die Alarmanlage ausschalten oder auch das Licht hier innen drin. Hier oben ist ganz wichtig die Freisprecheinrichtung. Denn der Wagen ist im Innenraum schon einen Ticken lauter. Und wenn ihr dann telefonieren müsst, geht es über die Freisprecheinrichtung aber eigentlich ganz gut. Hier drunter die Bedienung der Klimaanlage. Darunter die drei wichtigsten Tasten. Links könnt ihr das Differenzial nachschärfen. In der Mitte das Fahrwerk auf komfortabel oder auf sportlich stimmen. Und ganz rechts könnt ihr das ESC in Sport schalten oder halt ausschalten. Ich empfehle euch jetzt, wenn ihr sagt, ihr wollt eine ganze Menge Fahrspaß haben, macht ihr links und in der Mitte auf R. Und am Anfang lasst ihr rechts mal ganz normal und anschließend steigert ihr euch auf R. Wer das Ding ausmacht, der verliert dann völlig Netz und Boden und muss dann schon wissen, was er da tut. Wie gesagt, driften kann man mit dem Wagen. Denn am Anfang gibt er die ganze Kraft über die Hinterachse ab. Und wenn ihr das Ganze ganz gut dosieren könnt, bleibt es auch hinten und geht immer nur relativ wenig nach vorne. Aber im Falle des Falles und im Notfall habt ihr auch vorne 50% der Traktion, der Kraft auf der Vorderachse. Und dann habt ihr halt den Vortrieb, den ihr wollt. Bei der Beschleunigung von 0 auf 100, ich muss gestehen, ich habe diesen 2,8er Wert nicht erreicht. Das liegt auch immer an den Reifen, am Boden, an der Dings. Und ich habe auch die Launch-Control, die dieses Fahrzeug hat, nicht aktiviert. Warum mache ich das nicht? Weil es einfach materialmordend ist und ich gehe mit diesen Testfahrzeugen besser um als mit meinem eigenen Fahrzeug. Und deswegen mache ich das nicht. Gut, Start-Stop-Knopf brauche ich, denke ich, nicht erklären. Manueller Gangwahlhebel, wollte ich gerade schon sagen. Der Automatikschalter, der liegt gut in der Hand. Und was haben wir hier? Eine wunderbare Handbremse. Und ich habe gesagt, ich feiere jedes Auto ab, was eine Handbremse hat, noch mit dem Griff. Und natürlich hat der Nissan GT-R, egal ob Track Edition oder nicht, noch einen Griff. Und das feiere ich einfach mega ab. Ich freue mich über jedes Fahrzeug, was über keine elektrische Handbremse verfügt, vor allem im Winter. Ja, hier ist das Bedienelement für das Navi. Man kann aber auch hier auch touchen. Ich habe das Ding, ehrlich gesagt, nicht einmal benutzt. Also ich habe hier alles drüber eingesteuert. Funktioniert gut. DAB Plus haben wir auch. Alles super. Sitze, wie gesagt, mir persönlich einen Ticken zu eng. Liegt aber an mir, nicht an den Sitzen. Es gibt aber auch normale Sitze. Wenn das mein Nissan GT-R wäre, würde ich quasi mir noch eine andere Sitzkonsole bauen lassen. Denn ich würde gerne noch einen Ticken höher sitzen. Ich kann den Sitz nicht in der Höhe verstellen. Ich kann ihn aber auch scheinbar nicht klappen. Das heißt, wenn hinten, und ich zeige euch das jetzt gar nicht, weil da hinten setzt ihr keinen rein. Da setzt ihr nicht mal die Schwiegermutter rein. Nicht mal eure Stiefmutter. Da setzt ihr nicht mal eure Kinder hin. Also für kurze Strecken ja, aber nicht für längere Strecken. Deswegen nutzt das da hinten als Ablage. Nutzt das, um da noch einen Rucksack hinzulegen. Oder nutzt das einfach, damit es sauber bleibt. Lohnt sich nicht. Also Platz ist da nicht. Und was wir da hinten haben, ist eine sehr, sehr breite C-Säule. Und wo ich das da hinten gerade so sehe, kommen wir mal zum Heck. Es gibt nämlich bei diesem Fahrzeug nur zwei Sachen, was optional sind. Das sind einmal die Farbe, die kosten 1.000 Euro Aufpreis. Und der Carbon Heck Spoiler, der kostet 3.000 Euro Aufpreis. Ansonsten ist hier halt einer verbaut, der wahrscheinlich in Wagenfarbe oder in schwarz lackiert ist. Aber ich würde sagen, wenn ich schon sage, komm, ich gebe 117.500 Euro aus für die Track Edition, ja dann doch auch inklusive Carbon Heck Spoiler, oder? Machst eine ganze Menge her. Ansonsten ist der Nissan GT-R, hier in der Baureihe 35, unverändert. Ja, das ist so schön. Das ist so ein Relikt aus, der wird, glaube ich, seit 10 Jahren schon so gebaut. Und hat relativ bescheidene Zulassungszahlen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit dem Nissan GT-R auf einen weiteren Nissan GT-R trifft, das ist fast bei Null. Ich habe alle gehabt. Ich habe einen R8 gesehen auf der Straße. Ich habe einen R8 Spyder gesehen. Ich habe einen F-Type gesehen. Ich habe natürlich diverse AMG- und Porsche-Modelle gesehen, aber keinen Nissan GT-R. Und somit eigentlich, wenn man sagt, man guckt mal auf der Straße, gibt es irgendwelche Fahrzeuge, die schneller beschleunigen können von Null auf 100, habe ich keinen getroffen, der schneller war. Nur mal so als kleiner Tipp. Ja, und darunter, da verbirgt sich tatsächlich ein Kofferraum und den schauen wir uns jetzt mal an. Übrigens, der hat auch eine Rückfahrtkamera. Die ist hier relativ ungeschützt. Und hier gibt es eine Taste für den Kofferraum. Den Kofferraum kann man aber auch öffnen über den Schlüsselschalter. Und das ist eine kleine, ja wie soll ich das sagen, eine kleine Enttäuschung ist der GT-R-Schlüssel. Denn der ist ein ganz normaler Nissan-Schlüssel, nur dass hier GT-R steht. Aber schließen, öffnen und Kofferraum öffnen. Und hier drunter, das sind 360 Liter Volumen. Das ist fast kompaktklasse, würde ich sagen. Ist natürlich ein Riesenloch. Also die Ladekantenhöhe, ihr seht das hier, das ist meine Stativtasche. Das muss man erstmal alles absetzen. Aber darunter, da passt wirklich eine ganze Menge rein. Aber ist trotzdem nicht zu gebrauchen. Denn wenn ihr sagt, ich komme, ich nehme den GT-R und fahre mal einkaufen, fährt man den Wagen erstmal warm. Macht man ja. Also ich mache das immer. Ich trete hier erst, wenn die so 80 Grad haben. Und dann ist der Kofferraum schon gut vorgewärmt. Denn wir haben ja hinten nicht nur die Auspuffanlage, die vierflutige, sondern auch das Getriebesitz. Und das erzeugt einfach Abwärme. Das heißt, wenn ihr Tiefkühlsachen kauft und legt die nachher in den Kofferraum rein, ja, Prost Mahlzeit, dann ist das aufgetaut, wenn ihr wieder zu Hause seid. Aber ansonsten ein wirklich reisegerechter Kofferraum. Das heißt, mit zwei Personen könnt ihr hier locker mit in den Urlaub fahren. Also nur für die, die sich gerade so überlegen, noch so ein paar Pluspunkte zu suchen für den Nissan GT-R. Ich muss gestehen, ich möchte ihn am liebsten gar nicht abgeben. 121.900 Euro trennen mich jetzt von diesem Meisterwerk. Und ich sage wirklich Meisterwerk, denn der Motor, ihr kennt es bei Nissan GT-R, die werden einfach handgefertigt, genau wie bei Mercedes-AMG auch. Also die Motoren, die haben einen Motorbaumeister. Und ich muss euch gestehen, diese Leute, ja, das sind wirklich Meister ihres Fachs, die werden sogar richtig abgefeiert. Zugegeben, jetzt hier nicht so in Deutschland, aber ich war zum Beispiel mal in New York auf der Autoshow und da waren diese Motorenbauer, die hatten Poster, die haben Autogramme gegeben. Und so ganz so ähnlich ist es ja auch mit den Motorbauern von Mercedes-AMG. Da gibt es ja auch schon den einen oder anderen, der da draußen ein bisschen heraussticht, der durch seine Social-Media-Aktivitäten auf sich aufmerksam gemacht hat und mittlerweile auch so ein kleiner gefeierter Star ist. Dieses Meisterwerk der Technik, wie gesagt, 121.900 Euro, ist aber nichts für den Alltag. Machen wir uns da nichts vor, wer wirklich ein Auto braucht, um damit täglich zur Arbeit zu fahren, denn das ist der Wagen nicht. Das ist eher das Track-Tool, mit dem man zur Rennstrecke hinfahren kann, auf der Rennstrecke richtig viel Spaß hat und dann wieder nach Hause fährt. Dann geht es natürlich in den Verschleiß und es geht auch in den Verbrauch. Verbrauch, reden wir nicht drüber, Neffs werdet ihr nicht erreichen, wenn ihr ihn artgerecht haltet. Irgendwas um die 16 Liter verbraucht ihr wahrscheinlich im Alltag und wenn ihr es richtig krachen lasst, 30 Liter, locker. Und mein Kritikpunkt hier ist jetzt gar nicht, Mensch, der verbraucht viel zu viel, sondern der Tank ist viel zu klein, denn man muss ihn dann schon relativ häufig tanken. Ich sage mal so, man kann es schaffen, in 300 Kilometern die Tankfüllung einfach zu lehren. Und das ist einfach ein Ding, wo ich sage, ja, dann kann ich auch ein Elektroauto fahren, weil viel weiter kommen die ja auch nicht. Kleiner Scherz. Dennoch, das ist ein Fahrzeug der aussterbenden Rasse. Viele von euch sagen, Mensch, so eine Umweltsau brauchen wir nicht mehr. Ich sage doch, brauchen wir nämlich für die Flucht aus dem Alltag, einfach mal dem Trotz zu entfliehen, einfach mal was anderes zu machen. Und das macht mir eine ganze Menge Freude, damit so ein Fahrzeug zu fahren, vor allem, wenn es so perfekt ist. Lenkung, wie gesagt, richtig direkt. Wenn ich von einer direkten Lenkung spreche, dann meine ich genau das, was dieser Nissan GTR bietet. Ich lenke nur ein Müh ein, zack, der Wagen folgt. Die Bremse auf dem Punkt. Leicht zu dosieren, fein zu dosieren. Und wenn ich das sage, dann meine ich, ich drücke das Bremsbedarf und ich spüre quasi in meinem Popometer, was da vorne und da hinten passiert. 390er Bremsen auf der Vorderachse, 380er Bremsen auf der Hinterachse. Und das kostet natürlich alles. Wenn ihr die Dinger runterrockt auf der Rennstrecke, müsst ihr nachher ordentlich ins Popmonnaie greifen, um die Bremsen zu erneuern. Die Reifen, die werdet ihr runterradieren, als gäbe es kein Morgen. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, Steuer und natürlich die Versicherung. Und da kann ich euch einfach sagen, so ein Nissan GTR, der ist richtig hoch eingestuft, denn wir haben hier einen Supersportwagen. Kritikpunkte habe ich gesagt. Der Kofferraum, riesengroß, aber viel zu warm. Das Infotainmentsystem, das ist so ein bisschen veraltet. Da könnte man nochmal eine Schippe drauflegen, auch was Konnektivität betrifft. Aber ansonsten ist es genau mein Auto eigentlich. Eigentlich ist das genau das richtige Auto für die Flucht aus dem Alltag. Und ja, ihr habt es ja gesehen, wenn ihr das ganze Ding als Fluchtfahrzeug missbrauchen wollt, Kofferraum ist groß genug, da passt die ganze Beute oder halt die Leiche rein. Kleiner Scherz, machbar nicht. Jetzt die Frage an euch. Wie gefällt euch denn der Nissan GTR? Schlägt da euer Herz eher so auf meiner Seite oder sagt ihr nein? Solche Autos brauchen wir nicht mehr. Mensch Jens, hör auf mit den Dingern. Wobei ich kann euch versichern, ein Sportwagen kommt noch. Ich wollte euch einfach nur mal meinen subjektiven Eindruck zu dem Fahrzeug übermitteln und ich denke, das ist mir hoffentlich gelungen. Genau, was habe ich gelacht? Ich habe gelobt, ich habe kritisiert. Eigentlich alles Wichtige, oder? Preis habe ich genannt, Größe habe ich genannt. Ja, das war es erstmal. Drei Wünsche wieder an euch. Kommentieren, abonnieren und Like da lassen. Bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao. Drei Wunsche. amb